Wenn du ein Läufer bist, der lieber in der Natur und auf nicht asphaltierten Wegen unterwegs ist, dann bist du hier genau richtig. Denn der Essex Geltrailer H ist bestens dafür geeignet. Das Laufen abseits befestigter Wege liegt voll im Trend und fühlt sich mit diesem Gojek-Schuh besonders gut an. Dieser Schuh bietet mit seiner bewährten Geldämpfung ausreichend viel Komfort. Und für gute Stabilität im Mittelfußbereich sorgt das Essex Trusted System. Mit dem Bergauf-Bergab-Profil der Außensohle sorgt der Schuh für guten Grip auf jedem Trail. Der Essex Geltrailer H verfügt über ein wasserdichtes und atmungsaktives Obermaterial aus Gore-Tex. Dies bietet dir viel Schutz bei extremen Wetterbedingungen. Das Modell ist auch bei Walkern durch sein dezentes, alltagstaugliches Design sehr beliebt. Läufer, die auch mal gerne abseits befestigter Wege unterwegs sind, finden mit dem Essex Geltrailer H mit GTX Material einen perfekten Begleiter. Probier ihn am besten gleich an in deiner Runnerspoint-Feriale oder bestell ihn dir hier online unter www.runnerspoint.com. 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 Vielen Dank.